Der Matratzenkönig? Was macht der denn hier? Ein Geschäft verlieren, wie es aussieht. Hey, ja, siehst aus wie der doppelt gestorbene Tod. Das wäre dann also ein Gestorbener, Gestorbener. Timmy, der Matratzenkönig ist nicht nur der Matratzenkönig. Er ist obendrein der Sandmann. Er muss alle Schlafwünsche genehmigen. Die Aussprache ist Sandman. H.B. Sandman. Ich bin nicht nur der Matratzenkönig, ich bin der Meister im Schlaf. Fuh, hu, ha! Ha! Huu! Stark! Cool, sorg doch bitte dafür, dass ich nicht mehr schlafen muss. Was willst du, Meshuggi? Jeder braucht Schlaf. Er ist ein Schlafer, leid mir die magischen Kräfte, das zu tun. Hu, ha, hu! Gute Nacht. Kein Schlaf, gleich kein Sandman. Kein Sandman, gleich kein Schlaf. Und immer so weiter. Ist ein Teufelskreis. Wieso sollte ich dir den Wunsch erfüllen? Ist alles andere als traumhaft. Weil du, solange du redest, keine Geschäfte machen kannst? Oh, du bist gut. Also schön. Hey! Erfüllt dem Kleinen nichts, nutzt jeden Schlafwunsch. Ich muss zurück zu meinen Matratzen. Ha! Hu! Ha! Jeden Schlafwunsch, den ich habe. Hä? Hey, wieso soll ich eigentlich der Einzige sein, der länger aufbleibt als üblich? Ich wünschte absolut niemand, müsste mehr schlafen. E gleich MC Quadrat. Du bist ja gar kein Riesen-Mäusespeck. Na, egal. Ich bin ja so vernarrt in meine Frau. Ach, ich bin ja so vernarrt in meinen Garten. Yay! Na los, da ich jetzt sehr wach bin, ist es Zeit für Dim's Day für Nachtschwärmer. Sieh doch! Was ist so toll an einem Straßenreiniger? Während des Tages? Gar nichts, aber in der Nacht. Wow, die Welt ist in der Nacht ja fantastisch. Ich will alles sehen. Ich will alles sehen. Ich will alles sehen.